Neues Handbuch der biblischen Prophetie Unter die Geschwister, die sich für dieses Thema interessieren Also ihr dürft das auch frei kopieren und weitergeben Ich freue mich über jeden, der sich damit beschäftigt Es gibt das Buch selbst auch immer noch bei Amazon Also es gibt es als Paperback in Schwarz-Weiß, als Paperback in Farbe Und auch als Hardcover in Farbe über Amazon zu bestellen Die Links gebe ich euch auch Aber bis Sonntagabend, wie gesagt, ist der Link offen Ich freue mich, wenn ihr da reichlich Gebrauch macht von Und das teilt und spreadet an Geschwister, an Bekannte An vielleicht eure Pastoren Wer auch immer Interesse hat da dran Ich freue mich, wenn ihr das ein bisschen vervielfältigt Und dachte, das wäre vielleicht eine ganz gute Idee Vielen Dank fürs Einschalten Ich freue mich, wenn wir uns dann bald wieder sehen Bei neuen Themen zu Galater 3 und 4 Würde ich gerne mal noch machen Was über Abraham, über den Segen Abrahams Der die Heiden betrifft Wie sich das da so verhält Und ich freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet Ich wünsche bis dahin alles Gute Gottes Segen und bis bald